das war mein übergewicht und ja da habe ich dann gesagt ich muss jetzt was tun und bin hierher gekommen hat mich dann auch bei activate angemeldet und dachte über das könnte ich jetzt die chance kriege das zu schaffen und habe jetzt seit mitte februar 17 kilo abgenommen ich bin auf jeden fall viel fitter geworden ja und ja ich fühle mich einfach viel wohler an meiner lebensqualität mir fällt vieles viel einfacher 17 kilo verlieren das ist schon ein wort und ja es ist vom laufen her vom treppensteigen von allem ich fühle mich einfach wohler ich muss ganz ehrlich sagen es war bei mir ich nenne es mal die moralische und ich würde aber jetzt jedem empfehlen nicht einfach auf den punkt zu warten sondern einfach mal herzugehen oder in den park zu kommen und zu schnuppern und man will ich das angebot von activate anzunehmen einfach mal ausprobieren und ich denke das kommt von ganz allein wenn ich mir so mit der erste paar wochen es verändert sich mein körper auch durch das sport dass ich dann auch eher dran bleibt so war es bei mir bei mir ist jetzt einfach wichtig ich brauche den sport ich kann schon gar nicht mehr ohne sport sind in ganz ehrlich